Moin moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Tizian Bauernhof. So sieht's aus. Das ist erstmal die Monsterfalle, der erste Entwurf davon. Da ist ja schon auch einiges an Feedback gekommen, worüber ich mich sehr freue. Immersive Engineering habe ich aber nicht hier in diesem Modpack drin. Da ist ja eine Idee gekommen, dass ich von Immersive Engineering irgendwas benutzen soll. Das ist aber hier gar nicht drin. Okay, jetzt hat das nochmal ausgekippt. Ich hatte das schon mal wieder eingesammelt. Ich wollte mir das nochmal angucken, wie das jetzt mit den Fliesen hier aussieht. Das ist schon, ja es fließt alles hierher. Und man müsste dann tatsächlich, pass mal auf, wenn ich das jetzt hier unten wegnehme, dann ist hier die Vlies-Geschichte vorbei. Ja, ich müsste das dann wirklich nochmal ein weiter aufmachen, das Ganze. So, dann kann auch gleich die Tür mal raus. Pass mal auf, die müsste doch, geht die nicht kaputt, wenn, die Tür geht nur kaputt, wenn man die, den Belag da drunter wegnimmt. Oder halt natürlich, wenn man in der Axt dabei geht. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass, dass die Tür, dass die Tür, ähm, so okay. Pass mal auf, hier ist, hier ist jetzt doch einer noch weitergekommen. Ja, einer geht bis hier vorne ganz ran. Okay. Also muss ich, ich muss wirklich schon, äh, die ganze Reihe voll machen mit, mit den guten, ähm, Dispenders. Dispenders? Dropper, Dispender? Ich glaube, ja. Damit ich die überall, damit die überall gleich fließen, ne? Dass die dann wirklich bis hier hin fließen und dann müssten die hier runterfallen, die Monster, auf eine nächste, in eine nächste, äh, Höhle sozusagen. Und dort müssen die dann weitergespült werden, zu einem, zu einem Tötus-Mechanismus, glaube ich. Und wir müssen natürlich erst noch klären, wie ich das verzögert bekomme mit der, mit dem Redstone-Signal. Und ich habe ja, das kann ich jetzt erstmal so lassen, ich habe ja schon eine Redstone-Clock, die auf dem alten Prinzip basiert. Und die kann ich, glaube ich, noch dadurch, dass ich sie ein bisschen größer mache, auch verzögern noch. Dann müsste ich da immer Repeater reinbauen, die dann dafür sorgen, dass das Signal weiterhin verstärkt wird. Aber nichtsdestotrotz eine gewisse Verzögerung. Wir müssen, äh, wir brauchen Netherquartz, ne? Ich glaube, ich brauche auch Netherquartz, damit ich überhaupt weitermachen kann. Hier habe ich ja auch eine Redstone-Clock. Und die kann ich halt noch ein bisschen weiter verzögern, glaube ich. Kann ich die noch weiter verzögern? Ich bin mir da nicht so sicher. Kann ich da dran noch was machen? Ah, pass mal auf, wir gehen mal hier kurz rüber. Ja. Man kann das, man könnte das Problem auch haben. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das zu viel oder zu wenig ist. Kann ich das eigentlich, na cool, jetzt hat er auch schon wieder Eier gekriegt. Kann ich das eigentlich auch mit der, mit der anderen Clock so verzögern? Das müsste eigentlich gehen, ne? Warte mal, habe ich noch? Den habe ich noch, ne? Den habe ich noch. Pass mal auf, dann benutze ich das, ich werde es mal ausprobieren, mit der, die Clock, die wir hier hinten stehen haben. Ob wir die so weit verzögert bekommen, dass das halt eine langsame Geschichte wird. Geh mal her, gib mal das her. Ähm, ja, pass mal auf, das bauen wir mal ab. Zip, 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 das will ich mir mal angucken. Oh, schön, den Dings gekriegt, ne? Den Enderman-Kopf. Ähm, so, wir müssen einmal, einmal dort einen hin, dann müssen wir den einmal so aufstellen, dann brauche ich die, äh, Enderman-Kopf, sag ich schon, ähm, ein, ein Dings-Kopf hier, der Creeper-Kopf haben wir. So, dann brauchte ich den, den Kollegen, der muss da hin. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das, ne, das nicht, so nicht, so. Ja, vielleicht ist das gut. Bin mir nicht sicher. Dann machen wir es mal hier entlang. Äh, das nehme ich mal auseinander. Und hier packe ich mal ein Gegenstand rein. Okay, das gibt er jetzt nicht weiter, weil das verkehrt rum war, glaube ich. Ja, das ist, ja, ich kriege das da drüber. Okay, hier habe ich ein Dauersignal. Ich kriege das so ein bisschen verzögert, ne? Das ist schon, das ist das Dauersignal. Das ist schnell. Und das ist ein bisschen verzögert. Kann ich das verzögern durch weitere Repeater noch weiter verzögern? Das können wir mal ausprobieren, ne? Wenn wir noch Repeater drüben haben. Da ist die Frage, ob das wirklich was bringt. Wenn nicht, warte mal, kann ich, was, was kostet mich denn so ein Repeater? Repeater! Repeater, Repeater, Repeater. Der ist nicht teuer. Das heißt, davon können wir, können wir ohne Probleme welche herstellen. Ich muss nochmal kurz drüben gucken, ob wir da noch die ganzen Materialien haben. Gegebenenfalls auch so ein bisschen Redstone-Torsches und so weiter und so fort. Vielleicht ist das noch alles da. Weil wir müssen das ja irgendwie verzögert bekommen, das ganze Signal. Dass halt wirklich auch die Mobs ein bisschen Zeit haben zu spawnen, bevor sie halt wieder weggespült werden. Ich weiß jetzt nicht, wie... Gut, da ist keiner drin. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, wie lange das, wie, wie, wie lange da kein Wasser sein darf, bevor da wieder irgendwas spawnt. Ich baue mal eins, zwei, drei, vier. Vier Stück davon und dann brauchen wir... Achso, wir haben Stone auf der Tasche. Cool. Dann haben wir das schon. Hätte ich eigentlich auch gerade... Aber warte mal, wir hatten noch... Hier ist ein Creeper-Kopf, ne? Zip, zip. Siehste, haben wir den auch schon. Sammle ich so langsam meine Köpfe. Für irgendwelche Sachen. Jetzt, wie gesagt, ich will mal schauen, ob ich das damit noch ein bisschen, das verzögerte Signal noch weiter verzögern kann. Um halt möglichst lange, ja, diesen Spawn freizuhalten, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so... So, das ist aber weg. Ob das so wichtig ist. So, habe ich die Repeater, da habe ich die Repeater. Dann kommt da noch einer hin und da noch einer hin. Den stelle ich mal auf. Okay, dann ist er auf. Also, drei ist das Maximale, was ich verzögern sollte. Ne, das hat keinerlei Sinn. Die schalten das sofort durch. Das ist halt... Ne, das ist kaum Unterschied. Also, klar, das macht aber nichts. Kaum was her. Das Einzige ist wirklich, wenn wir das so bauen würden wie drüben. Da kann ich, glaube ich, noch eine Schleife irgendwie reinbauen. Pass mal auf, den müssen wir mal da hinsetzen. Dann einmal den dagegen. Ich lege immer das Werkzeug, was ich als nächstes brauche. Lege ich mir immer, immer raus, wenn ich irgendwie... Das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Immer, wenn ich irgendein Werkzeug oder irgendwas aus der Tasche rausholen möchte, nehme ich immer das Werkzeug, welches ich eh als nächstes brauche, um denn den Inventarplatz freizugeben. Ja, das passt. Oder kann das so schnell laufen? Also, ich finde... Gut, es dauert ja eh immer zwei Signale, bis da was ankommt, weil ich muss ja an- und ausmachen, ne? Also, ich muss ja zweimal das Signal geben. Das hier ist schon deutlich langsamer, ne? So, das habe ich ja auch gerade verzögert. Aber wenn, dann bauen wir wahrscheinlich sowas. Ja, sowas bauen wir eher, weil da ist denn wirklich... Es muss ja auch sichergestellt sein, dass das Wasser mal weg ist. Dass das Wasser weg ist und dann halt was da drauf spawnen kann. So, lassen wir erstmal noch mal gucken, dass wir noch ein paar weitere Dispender bauen. Dispender, da brauche ich dann auf jeden Fall... Oh, wir brauchen dafür sehr, sehr viele Strings, ne? Oh, guck mal, ich habe... Oh, davon haben wir viele. Wow. Achso, die hatte ich ja, glaube ich, aus den Minen oder so habe ich die abgebaut, ne? So, und das können wir jetzt mal... Geben wir mal mein Schwert. Wenn wir das nämlich mit dem Schwert kaputt machen, kommen da Strings raus. Aber nur eins? Ist ja echt ein bisschen low, ne? Ich dachte, da würden mir mehr rauskommen. Aber wieso habe ich so viele... So viele Dings hier... Wo habe ich die denn abgebaut? Habe ich die irgendwie... Ach, sind die immer, wenn ich da Wasser reingekippt habe in die Minen? Sind die denn rausgekommen? Und nicht Strings? Das kann sein, ne? Ich glaube, ja... Kann man das nicht umcraften? Muss man das abbauen? Ja, ne? Ja, muss man, glaube ich. Schade. Ich hätte jetzt irgendwie mir gehofft, dass man das einfach anders machen könnte. Aber okay. Aber jetzt wird natürlich... Dadurch findet ihr auch mein Schwert so ein bisschen an Haltbarkeit. Wobei ich das Schwert jetzt auch nicht mehr so häufig benutze, ne? Ich benutze ja eher den Cleaver, wenn es dann irgendwie losgeht. So, wie viel... Wie viel... Ich brauche denn noch... Ich habe jetzt... Ich brauche denn noch zwölf, ne? Ich habe jetzt ja Dings gebaut. Pass mal auf, wie viel kann ich davon? Genau zwölf. Ja, die brauche ich dann eigentlich auch. Kann ich die stacken? Ne, kann ich nicht. Okay. Warte mal, dann brauche ich jetzt mal das Rezept. Davon können wir erstmal nur einen bauen. Ja, immer nur einen zur Zeit. Da... Ich ja das... Warte mal, war das so und so? Ja. Dann müssen wir das Ding hier nochmal auffüllen. So, dann können wir nämlich den einen immer rausnehmen. Packen da... Oh, muss ich das echt von Hand immer reinschmeißen? Ich dachte, ich könnte hier schön mit rechter Maustaste, aber das geht nicht. Also ich brauche auf der kompletten Breite brauche ich auf jeden Fall die Kollegen. So, jetzt brauche ich noch sechs weitere Bögen. Zip, zip. Einer ist noch... Einer ist noch über. So, einmal das Rezept. Pass mal auf, das können wir auch... Das können wir auch so machen. Zack. Das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn ich das andersherum mache. So, einer müsste noch gehen. Genau, dann brauchen wir nochmal einen Bogen. Den habe ich jetzt noch nicht hergestellt. Und jetzt haben wir 15 Stück davon. Für die komplette Seite. Oder dann brauche ich nochmal einen Eimer, ne? Ich glaube, so viele Eimer habe ich gar nicht. Obwohl, vielleicht doch, vielleicht drüben bei der... Äh, bei der Dings... Bei der, bei der, bei der, ne? Bei der Lava-Geschichte, bei der... Beim Smelter, bei der Smeltery. Da könnte es sein, dass es da noch so viele gibt. Flatsch. Flatsch. Achso, ich muss das Wasser erstmal abstellen. Ich muss das Wasser erstmal abstellen. Das fließt nämlich jetzt noch. Lustig vor sich her. Okay, jetzt hat er es aufgenommen. Und... Ja, das ist all. Jetzt müsste das Wasser komplett weg sein gleich. Ja, sehr schön. Und dann können wir mal... Pass mal auf den Dropper mal weglegen. Nicht, dass der mir... Nicht, dass ich den ja gleich reinbastle. Oh krass, wie schnell da gerade eben der... Der Brick rausgegangen ist, ne? Das war ja... Das war ein bisschen komisch. Okay, kann ich die einfach hier so reinsetzen? Oh ja, das funktioniert. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und einen habe ich noch für hier vorne. So... Natürlich, der letzte, ne? Der letzte, da passiert immer das. So, dann haben wir die nämlich alle schon mal dran. Da müssen wir natürlich jetzt auch gucken, dass wir da ein anständiges Redstone-Signal rankriegen. Dafür brauchen wir ohne Ende Repeater, ne? Weil ich glaube... Das haben wir ja oben an der anderen Anlage auch so gebaut. Ich bin halt momentan... Das ganze... Das ganze... Rumbasteln mit den Redstone-Geschichten bin ich irgendwie total raus momentan. Weil wir haben halt so viel schön gebaut in letzter Zeit. Und die Smeltery, die Mods halt viel gemacht. Und deswegen dieses ganze Redstone, das habe ich immer irgendwie einmal aufgebaut. Und dann war es das, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das oben mit den Repeatern aussieht. Wie die nochmal geschaltet sind. Dass das da vernünftig funktioniert. Ob das einfach geht, dass wir daran vorbeigehen. Oder müssen wir da sogar ein mehr haben? Guck mal, die ganze Anlage können wir auch mal wieder abfeuern, ne? Ne, guck mal, wir können da einfach entlang gehen. Das ist ziemlich gut. Und das ist mein Hebel dafür, ne? Ja. Dann haben wir da noch Repeater gesetzt. Und da und da und da und da. Das heißt, wir brauchen mindestens 15 Repeater auch. Dass wir das Signal ständig weitergeben. Und wenn nicht sogar auch noch einen Verstärker dazwischen. Oder wir machen das so wie hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, alles klar. Der gibt das Signal auch direkt drüber. Das müsste gehen. Und dann können wir das auch so machen. Dann brauche ich nur 15 oder 14 Repeater. Das würde reichen. Dann müssen wir mal ganz kurz die ganzen Redstone Torsches dafür basteln. Zack. Ich glaube, ich bin mit meinem Garten auch noch gar nicht so richtig fertig, ne? Aber egal. Der hat jetzt erstmal... Der ist erstmal nachgängig. Dann brauche ich 30. Oh, ich habe gar keine Sticks mehr. Oh, ich habe tatsächlich keine Sticks mehr. Dann geben wir mal... Holz ist auch ganz schön wenig, ne? So, das mal. Davon bitte mal ein Stack. Bitteschön. Und daraus können wir gleich mal Sticks machen. Dann haben wir davon auch wieder genug. Dann nehmen wir das einmal. Dann nehmen wir das einmal. Dann haben wir hier 32 Torsches. Das ist schon mal gut. Und... Ach ja, Repeater wollte ich bauen. Habe ich überhaupt so viele? Oh, 16 könnte ich. Ja, ich will aber nur 15 haben. Dann machen wir das so. Das einmal darüber, das einmal darüber, das darüber. Kann ich... Achso, jetzt habe ich natürlich viel, viel mehr gebaut, ne? Nimmt der... Guck mal hier, die Redstone Torsche, das haben wir gar nicht im System drin, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Habe ich noch irgendwo ein bisschen Platz? Da hätte ich noch Platz, aber das passt da nicht hin. Eigentlich... Oder wie werde ich... Ich tausche den hier gegen den Vierer aus. Habe ich noch einen Vierer irgendwo? Ja, da ist ein Vierer. Zack, dann kommt der mal raus. Dann einmal der Kollege... Achso, der Kollege weg. Da kommt jetzt der Vierer hin. Haben wir einen Schlüssel da? Jo. Einmal Quantity und Quality, wollte ich gerade sagen. Aber ist ja einfach nur abschließen. Zack und zack. Damit wir das auch alles angezeigt bekommen. Und dann könnte... Ach, warte mal, da könnten auch die Dings rein, ne? Die Stone Sticks. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil von den Stone Sticks habe ich ja auch hin und wieder welche. Oder Stone Red. Rod, ich weiß. Der ist nicht Sticks. So, erstmal schnell wieder was essen. Wir können auch mal wieder Dings aufhängen, ne? Leder. Dann ist das auch schon wieder... Dann haben wir auch wieder ein paar Hühnchen weg. Oh was? Die Zeit ist schon wieder abgelaufen wie Sau. Okay, dann haben wir jetzt da einige Repeater gebaut. Das heißt, wir können die Schaltung schon mal soweit fertig weitermachen. Da muss ich mir da Falle noch überlegen, ne? Da müssen wir... Die müssen ja da oben spawnen können. Dann kommt das Wasser und spült sie runter auf die nächste Ebene. Auf der nächsten Ebene ist immer Wasser. Das spült sie dann am liebsten gleich zu einem Tötungsmechanismus, oder? Das wäre ja der Idealfall. Dass man halt sagt, okay, es gibt jetzt von links und rechts gibt es Wasser, was es dann in den schmaleren Gang reinspült. Und dort ist dann die Tötungsmaschine. Da muss ich noch ein bisschen was ausheben da unten, glaube ich. Ja, das wird noch spannend. Alles klar. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.